Ja, wenn man auf der Bühne steht, dann ist es natürlich schön, wenn man sein Publikum von vorn bis hinten auch sieht. Ich bin durch meinen alten Kumpel Wolfgang Klippert zugekommen. Wenn wir uns mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, hat man das ja schon mal gehört. Neue Linsen, man konnte sich das ja nicht vorstellen. Ich will bis jetzt immer nicht, wie die Dinger hier rausgenommen werden, die alten und die neuen drin. Da lasse ich mich ja überraschen. Also ich habe keine Bedenken und keine Angst. Als Liga Arte ist die Operation durchgeführt und es ist ganz unkompliziert verlaufen und hat vielleicht gerade mal eine knappe Viertelstunde gedauert. Es ist so schön, wenn es dann vorbei ist und vor allen Dingen, wenn das Ergebnis so schön ist. Dank euch kann ich wieder richtig schön sehen. Vielen Dank.